BfH bietet das Gesamtpaket, um eine spannende und coole Lehre zu absolvieren. An BfH wirst du viele neue und interessante Persönlichkeiten kennenlernen. Und hier wird es nie langweilig. BfH bietet sehr viel Abwechslung während ihrer Lehrzeit. Du bist teamfähig, kontaktfreudig und offen für neue Herausforderungen? Dann bist du genau richtig. Kommt mit! In unseren drei Lehrjahren unterstützen wir unsere Studierenden in allen ihren Anliegen. Das machen wir telefonisch, bei Mail oder auch hier am Empfang. Du darfst in vielen verschiedenen Abteilungen arbeiten, sei das jetzt mal im HR, in den Finanzen, hier am Empfang oder in vielen verschiedenen Nehmen. An meiner Lehre BfH gefällt mir besonders, dass ich sehr selbstständig arbeiten kann. Ich habe sehr viele coole und interessante Aufgaberledungen, mit einem Team zusammenzuarbeiten und dadurch fühlt man sich gut integriert. Und es wird sicher nie lernen. Also wichtig ist für mich als Praxisbildnerin, dass unsere Lernenden viel lernen hier bei den Finanzen. Und dass sie immer fragen können, wenn sie Fragen haben. Bist du motiviert und hast Freude am Beruf KV? Dann komm doch zu uns an BfH. Wir sind vielseitig und können dir viel beibringen. Was auch wichtig ist, ist, dass du kontaktfreudig und teamfähig bist. Denn hier am BfH arbeiten wir viel mit verschiedenen Leuten zusammen. Und wenn du das Ganze mit Motivation angehst, dann kommt es sicher gut. Sei es im Betrieb, aber auch in der Schule. Haben wir dieses Interesse jetzt geweckt oder fühlst dich sogar angesprochen? Dann schau doch auf unserer Website vorbei. Dort findest du alle Informationen zum KV. Wir freuen uns, wenn du Teil der BfH-Familie wirst. Wir assassin hopen und zquartersen Joker mit dir shine. Wir freuen uns. Wir jeden einmalern bis auf unserer Website.